Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, was wir sind, wie ihr seht, nicht Inge halt schon auf einem Server, sondern in der Auswahl zum Welt erstellen. Ich habe mir gedacht, ich fange mit einem Let's Play an für meinen neuen Kanal und dass ich einmal in der Woche ein PvP-Video, irgendwas online mache und einmal in der Woche einfach das Let's Play bringe. Und ja, gehen wir halt mal in die Welt hinein und wie ihr auch heute seht, ist Freitag und ich denke, Freitags immer bringe ich das Let's Play, Montags immer das PvP-mäßige. So, gespawnt, sind wir, da hinten sind wir in den Wald, ich hole mir da mal ein wenig Holz. Und Hunde sind auch da, könnten wir uns dann zähmen. Da mache ich mir mal eine Werkpunk, eine Werkpunk überhaupt. So, hier die Werkbank. Kann da hier noch nichts machen. So, fehlt da schon ein Blatt. So, Erfolg habe ich auch schon erzielt. Dreimal auf Holz geklopft. So, äh, für das erste würde ich mal eine Spitzhacke machen, hätte ich gesagt. Aus Holz. Jetzt suche ich mal, das habe ich eh komplett abgebaut, oder? Ja. Dann nehme ich mir den mit. So, und mal schauen, wo Stein ist. So. Jetzt mal den Fuß gebrochen. Das ist auch nicht super. So. Die Werkbank wäre auch super, wenn ich die auswählen würde. Ja, da haben wir sie ja schon. So, da mache ich mir jetzt eine Spitzsteinhacke. Steinspitzhacke, so geht's nicht. Ich baue mir noch zwei Holzabasteine, dass ich mir ein kleines Schwert machen kann. So. Jetzt überprüfe ich noch schnell die Einstellungen normal. Okay, das geht. Grafikeinstellungen. Jungs, stell ich ein bisschen hoch, fertig, zurück zum Spiel, so. Okay. Doch nicht gut. Fertig. Besser. Lädt das nicht. Ich bin dreht die Welt, schnell neu. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ah, jetzt geht's. Ähm, vier Holz. Ja, da mache ich mir gleich einmal. Ein... Axt für Holz. Mehr brauche ich eigentlich dabei? Eh nicht. So. Die nehme ich mir wieder mit. Suche ich mir mal eine schöne Stelle fürs Hausbauen. Hier rüber. Darüber. Hallo, Hundis. Ah, da haben wir gleich viel ein... ein... wenig Cola. Das brauche ich mir auch gleich ab. Dass ich ein bisschen... Samen habe und mir... gleich ein... einen Nacken anbauen kann. So. So. Fürs Erste wird... die Kohle, glaube ich, auch reichen. Wohl. Ein wenig kann ich ja noch abbauen. So. Hab' ich sie? Ja. da raus. Was hast du da? Entschuldigung. So. Dann was ist es schön. Da fehlt was. Okay. Aber hier ist es wirklich schon, ja. Das nehm' ich gleich. Hier ein kleines Häuschen bauen. Das wär' ganz super. Mal ein Anfangs-Häuschen. So. Einmal... ein bisschen Holz abbauen. Für den Anfang. So. Das sind meine Eckpfosten. hier. Hier. Äh... 2, 3. Dann hier. Und 2, 3. Würde ich noch hier sagen. So. vielleicht 1 über dem wasser da brauche ich mal das hier ab so das hier her so schick auf den anfang mal so etwas das war falsch ich glaube das passt so dann noch ganz hoch und hier würde ich dann mal den nämlich so den boden auf diese höhe glaube ich ganz schön auf dem wasser kann ich da noch fischen wenn ich gehe das könnte ganz schön werden jetzt kann ich gar nicht mehr sprinten wird schon zeit dass ich ein bisschen was anbaue so das mache ich so die mache ich daher so holz und packen das mache ich gleich hier wasser schon habe ich das wenig versorgung so die boden würde gern ziehen dass ich gleich mal ein wenig komfortabel wohnen kann so ganz wichtig die setzlinge gleich so gut so gut und holz und habe ich hierher das nicht so über 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 das ende gelände so gut 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 und du glaubst das könnte ich auch noch und wieder so gut so gut so gut wie die kalte so gut wie die kürzer kann es doch dann noch werten aber für zuerst so gut reicht das schon jetzt könnte ich ja dass ich ein wenig holz sparen gleich mit slabs arbeiten glaube ich da sollte ich nichts hin bauen jetzt brauche ich auch noch fehlt noch was da muss ich die zwei auch gleich umwandeln holz planten ist ja kein problem sind ja gleich mit der grundform mit dem boden und dem fundament noch ein bisschen holz brauche ich sprinten sollte ich nicht mehr so viel das werde ich auch bald sterben das wäre nicht so super für mich ich glaube treppen werde ich auch noch her bauen das passt die werde ich hier her setzen denke ich mal vielleicht gleich vier das passt die gebe ich wo das hin habe ich das geändert dass wenn man nur so drauf fällt und nicht drauf springt das der ackerboden nicht kaputt wird ich weiß nicht kennt ja mal die ersten zuschauer dieses dieses kanals dieses kanals weil die kommentare schreiben das wird nacht das wäre auch ganz wichtig wenn ich gleich gleich immer dafür nicht geschickt gleich so schnell egal wie groß hauptsache mal wenig sicher ich hoffe es kommt jetzt gleich gleich ein kipp um decke wenig so optimal hol ich mir schnell den baum dass ich das gleich ausleuchte dort die saufackeln hätte ich schon mal so wir sind ausleucht noch so so jetzt hoffe ich mal dass er mal nichts baut sonst wäre ich ein wenig tot so das habe ich auch schon jetzt geht es gleich weiter am hausbau so den den hier das Haus selbst kriegt da eine Stutze hätte ich gesagt so dass es ein wenig stabiler wird ähm nicht hier der Eingang ich weiß nicht so vielleicht da ist ein Apfel den hole ich mir so hier doch bin ich wohl hier im hier bin ich dazu wird etwas mal schauen nicht so hübsch ich weiß nicht den vielleicht weg den noch vielleicht wird es so schöner ja definitiv wenig schöner so habe ich gesagt und so oder ja das ist wohl die Grundform da ist ein Holz ja ich hoffe jetzt das nicht wirklich das kommt und dort ist schon Skeletten oh ein Creeper schnell weg von dem es wäre nicht so toll wenn der hier gleich explodiert würde so ein Holz von dort drüben so eine Tür hätte ich schon gern ich weiß nicht ich weiß nicht die Tür sind so hell aber eine Kiste könnte ich ja draus machen so so was ich ja Kiste das nehme ich wieder und das setze ich hier her das hier ran hier ran hier ran hier ran das brauche ich alles mal nicht das kann ich her pflanzen oh nicht sprinten so fertig jetzt sollte ich auch noch komplett abholzen jetzt hängt der so hässlich in der Luft und wieder eine Kiste draus machen machen wir gleich eine doppel Kiste draus das mache ich auch ab ich gleich hier auch rein das passt schon so das wächst das ist auch toll ähm was mache ich jetzt ich versuche mal von dort in die Colts zu holen ist das noch der Creeper die Spinne ist da dort ist er vielleicht schaffen wir es da so er hat uns gesehen schlecht das brauche ich wieder auf ich will doch nicht so hässlichen krater hier ist die Creeper hinterlassen zu wenig erde hier so auch einfach noch gestopft das das hier noch ein wenig erde bauen hier noch das ist nicht komplett hässlich aussieht die brauche ich jetzt vorab da habe ich was gehört oh da ist sie das ist die Spinde uh sie kommt w und hit